Es bleibt immer schön, sie in der Hand zu haben. Es war ein ganz besonderes Jahr für uns natürlich. Vor allem, wir haben uns da zurückgekämpft aus der Niederlage aus dem Jahr 2012. Das Finale Dahome ist vergessen, das Finale Dahome in London ist gewonnen. Wie wir uns da als Mannschaft zurückgekämpft haben und alle Titel gewonnen haben, ist natürlich schon etwas Besonderes. Da kann man sehen, wie man als Mannschaft arbeitet, was das bringen kann. Ribéry, Ribéry, Robben, Robben, jetzt macht er sein Tor! 2 zu 1 in der 89. Minute, Arjen Robben, das gibt es nicht! Ja, sehr gut natürlich. Ich meine, das ist natürlich was Schönes, ihm das nochmal wieder anzuschauen. 90 Sekunden normalen Zeit. Und das könnte das Ziel sein, das sicher sein, dass es Bayerns Name ist auf der Champions League Trophäe dieser Saison. Die meisten Bilder kennst du. Jetzt waren es doch ein paar Bilder, glaube ich. Es ist schön, das wieder zu sehen und immer schöne Erinnerungen natürlich. Und diesmal gewinnt der Holländer. Dass es schon wieder zehn Jahre ist, also dass es schon wieder so lange her ist. Weil es gibt so Geschichten, so Momente im Fußball, in deiner Karriere, die bleiben immer bei dir. Und es fühlt sich nicht anders als zehn Jahre. Und deswegen, aber es bleibt schön. Ja, auch wenn ich hier wieder bin, hier in der Allianz Arena, auch mit den Fans, das bleibt immer was Schönes. Und vor allem diese Wertschätzung, glaube ich, das ist schon sehr schön. Diese Mannschaft, sie ist die beste in Europa. Die Mannschaft Die Mannschaft